Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gradient Skies mit Admirai, alias Karnes. Hallo. Und Zip's LP, der irgendwo da hinten rumläuft. Hallo. Guck mal, Sepp, ich hab was für dich. Ich hab ein Geschenk für dich. Oh, Bäumchen. Guck mal. Eine Pexel. Oh, danke schön. Bitte schön. Oh, ist die geil. Direkt mal wegschmeißen aus Versehen. Oh, geil. Vor allem die heißt irgendwie Mad Rock oder so. Oh, die ganzen Monsterköpfe und so, die braucht doch keinen Arsch, ey. Kann doch eigentlich weg. Oh, wir haben so viele Mineralien, das ist ein Traum. Oh, ich hab auch noch Bowneel, ne, vier Stück. Ach, äh, Bowne an sich. Ja, ich hab auch noch einen Bowne und elf Bowneel. Bowneel brauchen wir noch für einen neuen Crucible, ne? Äh, ja. Und Clay brauchen wir dafür auch noch. Oh, ich hab 23 Clay gefunden. Das heißt, wir brauchen noch Bowneel. Ja, hier, warte. Ich weiß, ich glaub, ich hab was genug. Da, liegt da hinten. Dankeschön. Sehr gut. Boah, jetzt müssen wir wieder auf den Krüppelbaum drauf, warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben haben wir. Oh, Gott. Warum kann man eigentlich Charaktere nicht mal mit Shift wegschieben? Das geht mir voll auf den Sack. Oh, ich hab Hunger. Oh, ich hab Hunger. Ich bin grad, ich hab nur noch zwei, zwei Nahrungsdinger drin, ne? Ich hab auch noch zwei Nahrungsdinger. Ja, an der Futterkiste ist Zeug drin. Welche ist nochmal die Futterkiste? Die einzelne da. Die einzelne hier an der Ecke. Ah. War auch was zu essen. War sehr gut. Ich mach mal, ich mach mal ne Paked, ne Paked, ne Baked Potato. Ähm, Smokey? Ja? Wo du schon bei den ganzen Kasten und so weiter warst, ne Pickaxe-Head-Kast würden wir brauchen. Ich arbeite. Für was brauchen wir ne Pickaxe? Ich hab noch ne Pickaxe. Jaja, wenn wir ne Pickaxe-Head-Kast brauchen wir für ne Fest. Achso, ja, da kümmere ich mich später drum. Wir brauchen momentan erst mal noch Materialien. Warte, ah, die wollte ich grad nehmen. Alles egal, war da hinten. Hi, Golem. Oh, shit. Du bist aber nicht nett, Golem. Sehr gut. Oh, ich brauch das Brot, Alter. 1, 2, 3, 4, 12, 16. Oh, Brot. Lecker Brot, ey. Voll geil. Können wir mal kurz schlafen gehen, oder? Ja, mach dir mal. Eier machen. Ich gehe hier sowieso nicht schlafen. Alter, wie viel Metall wir haben. Wer packt dauernd die Quicksilber-Drops da rein? Wer ist dat? Hm? Ich pack einfach alles, was ich vom 7 rausbekomme, pack ich da rein. Ja, nee, aber irgendwer packt dauernd in den Ofen die Quicksilber-Drops. Ich zieh die da jedes Mal wieder raus. Alter. Ey, wie weit ich oben bin, ne? Bin auf dem Baum drauf jetzt. Oh, hi, Sepp, ich seh dich von hier unten. Wie ist die Luft da oben? Braun. Braun? Warte mal, ich stell mich mal kurz drunter. Hoffentlich zieht das nach oben. So. Wir haben immer noch 16 TNT. Mauke, ich muss dich leider enttäuschen, das bleibt weiter unten. Oh, nein. Methan, die zieht nach oben, ja. Methan zieht nach oben. Wir haben 16 Nether-Iron-Oar. Warum smatet ich das eigentlich nicht? Weiß nicht, warum du das nicht machst. So, wird gesmatet. Ich will mir das mal von oben angucken. Wie geil das aussieht, wenn die Iron-Oars da sind. Ja. Boah, in dem Projekt hier sind Krüppelbäume eigentlich voll gut. Ja, ne? Hat man zwar voll viel zu tun, aber lohnt sich ja dann auch. Fan of Destiny. Brauch noch Kisten. Ein bisschen Kisten-Craften. Ich hab noch vier Crooks. Ich glaub, die vier, die dürfen ausreichen für hier oben. Ich denke auch, dass sie reichen. Hoffentlich. So. Das ist einfach so übertrieben. Viele Saplings, ich jetzt schon wieder ab 17 Stück. Ja, rast du doch mal aus, Sepp, ne? Boah, mir fallen noch die ganze Zeit welche runter. Wo ich denn immer? Ich hab doch gerade... Achso, schmilzt alles noch. Ja, schon. Ja, wieder um Lava kümmern. Warum ist das eine Crucible eigentlich so weit weg? Weil du das so weit weggebaut hast. Den anderen, den neuen Crucible, den kannst du einfach direkt daneben stellen, neben der Smelchery. Das ist der Plan. Steht da sogar schon. So. Oh, wir haben gleich vier oder fünf neue Dirtblöcke. Nice. Ich brauch hier locker noch fünf Minuten. Für den Baum, oder was? Ja. Geiler Baum, ey. Der ist richtig übertrieben. Ich bin hier gerade auf Höhe 87. Was? Alter. Raste erst mal aus. Hallo, wo seid ihr? Oh, ich bin schon fast außerhalb der Map. Das ist gefährlich, was ich hier mach. Sepp, sei vorsichtig da oben. Ne, du bist nicht außerhalb der Map. Guck mal, wo die Wolken sind, die man abbauen kann da oben. Ne, ne, mein seitlich von der Plattform her. Ach so. Ja, das ist dann echt gefährlich. Naja, du hast noch ein bisschen, du stehst maximal ein Block neben der Plattform, äh, ein Block vor Plattform Ende. Oh nein, die letzten paar Blätter sind direkt auf Plattform Ende. Also, dann fliegst du im schlechtesten Fall runter. Im besten Fall landest du gerade nochmal drauf. Ich will das nicht riskieren, ey. Ey, ich hab 42 Settlings. Das bei mir läuft gerade. Ich merke das schon, bei dir läuft es wirklich, oder? Alter, wir haben 64 Iron Ingots da drin. Holy Mother. Wir haben Stack Iron Ingots mittlerweile. Holy Shier. Was meinst du, wie schnell das wieder weg ist? Ja, das mag wohl sein. Okay, ich glaube, die Crooks, die reichen doch nicht aus. So, was brauchen wir? Brauchen wir ein Pickaxe-Head oder ein Pickaxe-Ding? Pickaxe-Head. Also ein Fertigen. Für welche Quest? Äh, für die Rechts, die wir freigeschalten haben. Die Casting-Call. Jo. Jo, ist fertig. Kann man... Liquid Slime Buckel. Du hast mal noch nicht ein, weil ich noch relativ... bisschen voll bin. Ich hab mir die Reward-Bag geholt. Gucken, was da so drin ist. Was macht ihr denn? Wie... Ich war halt schon noch... Ich hab... Ich hab sechs Chicken-Jerkies bekommen. Ich... Ich schieb die ganze Zeit das Zeug. Achso. Bin jetzt irgendwie der Ofenbeauftragte. Kann ich das schmelzen? Ah, ich kann die... Ich kann die... Stone-Dinger schmelzen. Hey, in Emerald. Ich kann die Bauteile schmelzen. Die Stone-Pickaxe-Head und alles. Was kommt denn da raus dann, Alter? So langsam krieg ich hier oben Hunger, ne? Ich hab 58... 58 Saplings. Okay, ich hab keine Dings mehr. Musst mir jetzt welche craften hier oben. Warte mal, ich... Bevor du eine Craftings... ...heben machst. Achso. Ich wollte gerade eine oben hinstellen. Ach Gott, okay. Machen wir uns jetzt erstmal noch ein paar Crooks. Viele denn? Elf? Ja, komm, machen wir mal elf. Brauchen wir noch irgendwas Wichtiges an Tools außer Pexels? Eigentlich nicht, ne? Für ein Pexel würde das irgendwie so richtig sein. Warten, wenn mir mal langweilig ist, glaube ich, muss ich mal die Kisten sortieren. Ja, das, äh... Wäre von Vorteil, ja. Später kommt sowieso das ME-System. Da ist die Ordnung dann sowieso für den Arsch, aber... Lauf mal bitte einer unten lang und sammle die ganzen Sachen auf, bevor die die spawnen. Falls so überhaupt Sachen liegen, aber... Unten liegt soweit nix. Außer ein Zappling. Einer. Das, glaube ich, hast du souverän aufgesammelt. Sehr gut. Das ist Zapp der Pro. Oh, der Mega-Pro ist der Zapp geworden, ey. Okay, den kann ich nicht aufsammeln. Der war zu weit weg. Goddammit, Spiel. Okay, ich bekomme die ganze Zeit ein bisschen viel Zeug. Das ist kein Ding. Vor allem die ganze Zeit viel unterschiedliches Zeug. Das ist kein Ding, ich schmelze gleich gegen. Was soll ich denn mit den Quicksilver-Drops machen? Lass sie einfach auch in der Kiste, ich weiß noch nicht, was wir die brauchen. Die müssen sich gleich mit Nahrung versorgen, wenn ich hier fällig bin. Ich habe nur noch zwei Hunger und ich habe hier gerade mal die Hälfte weg. Ja, in der Kiste hier liegen noch ein paar Karotten drin, ein Apfel. Karnis. Yes. Bitteschön. Dankeschön. Eine Pexel für dich. Oh nein, da ist ein Apfel runtergefallen. Oh nein, ich habe ein Zeppling aufgefallen. Robin. Boah, ich habe so viele Zepplings, Alter. Voll gut. Und auch richtig viel Holz. So, man kann jetzt ja dann eigentlich auch, wenn man sich nicht beklickt. Wo war denn das? Da war das. Ne, da war das. Jetzt da reinpacken. Kann man die doch da eigentlich verbessern, oder nicht? Boah, ich glaube, so einen heftigen Krüppelbaum hatte ich noch nie. Das ist echt immer normal. Sei doch froh, haben wir mehr Materialien. Ja, wir haben gleich locker fünf, sechs neue Dirt-Blöcke. Der knuspert da ohne Ende. Knusper, knusper, knusper. Ja, ich war schon fast hinüber. Der Karnis knuspert in meinem Häuschen. Oh, komm, noch ein Apfel, wer da ist. Och, nom, nom. In der Kiste hast du noch... Ah, perfekt. Ja, aber da müsste ich ja jetzt runter, weißt du? Ja, du bist ja sowieso gleich unten. Ja, bis dahin bin ich, glaube ich, schon verhungert. Außer ich finde noch einen Apfel. Alter, so viel Zeug, was der Karnis da bringt, ey. Das ist krass. Richtig krass ist das. Anderthalb Nahrungsdinge habe ich noch. So. Nein, da ist der nächste Baum gewachsen. Sepp kommt gar nicht mehr nach, Alter. Ja, guck dir das mal an hier. Das ist doch echt immer normal. Sepp am Ausrasten, weißt du? Das soll jetzt abbauen. Ich würde jetzt, wenn ich du wäre und schon fast noch verhungert bin, lieber mal runterkommen und was essen. Ich wäre vielleicht gesünder. Du musst mich verarschen. Ach, das ist jetzt der Pfirsichbaum, der da gewachsen ist. Ah, lecker. Du hast jetzt aber nicht überall Wasser drin, ne? Okay. Nein, nein. Alter, da muss ich jetzt die ganzen Saplings reinballern. Alter, ist das krank. Ich muss noch ein paar Barrels vollhauen. Ich habe immer noch genug. Jetzt habe ich beide Crucibles bei mir. Sehr gut. Ach, guck mal, da sind wieder Karotten gewachsen. Hast du doch schon ein Bucket drin, oder nicht? Hm? Ja, so langsam ist das echt schon ausreichend mit der Nahrung. Speed. 0,1 Bucket pro Tag. Nice. Ähm, Pexel. Ne, Pexel ist ja, inkludet ja keine Picklicks. E, wie muss ich jetzt eigentlich auch nochmal da hoch? Ne, hoch muss ich nicht mehr. Gut. Ist das krank, ey. Geil. Wir haben den Pfirsichbaum noch nicht so ganz abbauen. Also noch nicht abbauen. Okay. Beim Pfirsichbaum müssen wir warten, bis der Pfirsich erreicht ist. Warte, ich bin doch blöd. Man kann das doch doppelt nutzen, oder? Ich könnte doch theoretisch den einen, äh, ähm, das eine Crucible über die Lava stellen. Ist das dann auch feiert? Ja. Ist sogar wärmer. Minecraft-Logik. Speed 0,2, äh, Milli-Buckets am Tag, oder was auch immer, bringt die Lava. Und die Fackel bringt 0,1. Also Fackel und Lava sind fast gleich heiß, haben wir gerade festgestellt. Das ist kacke hier, ne, der Aufgang, weil du dadurch zu viel Nahrung verbrauchst. Welcher Aufgang? Hier hinten. Welcher denn? Ehe, der Weg nach oben. Ja, ich kann ja dann da noch Treppen drauf bauen. Das ist ja nur, ich geh ja da nie rauf. Der Weg nach oben ist doch nur fürs Ausbauen. Und da kann ich einmal ein bisschen mehr Nahrung verschwenden. Da muss ich ja eh springen wie ein Beklopter. Na gut. So, Heier machen. Und die ganzen Saplings sind jetzt schon wieder weg. Nice. Okay, fast. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, alle. So, jetzt rüchte. Okay, die Wachsen. Die Fläche ist fast komplett. Ernsthaft, Alter. Nice. Müssen da aber nicht jetzt mittlerweile schon Tiere draus bauen? Siehst du schon so? Mittlerweile dürften sie irgendwann mal Spawner fangen. Ach, das dauert ja noch, bis sie gewachsen sind, jo. Ich farm so lange wieder gravel, ne? Ich hab wieder die spannendste Arbeit jetzt gerade. Ach, guck mal, ich hab noch ein Brot. Ah, ich hab die Quest noch gar nicht abgegeben. Welche waren das jetzt? Die rechts. Das war knapp. Casting Call oder was? Glaub ja. Ja. Liquid Slime Bucket, was soll ich nehmen? Ach, kann ich auch. Ich hab den Reward-Bag genommen. Reward-Bag? Hm. Safari-Netz brauchen wir nicht. Safari-Netz haben wir noch drei. Was hast du jetzt genommen, Sepp? Ich hab jetzt die Reward-Bag genommen. Okay, dann nehme ich den... Liquid Slime Ball. Haben wir Slime Ball schon? Oh, ein ganzes Herz. Was mach ich eigentlich damit? Glass-Bottle. Auf neutral Gas. Oh. So, und da war drinne Corn-Seat, Blackberry-Seat und äh... Lithu-Seat. Ein paar neue Seats. Was ist das? Glass-Bottle of Nutrient Gas. Inscrate, lol. Und was mach ich damit? Jetzt ist die Frage, brauchen wir ein Liquid Slime-Badden? Ach, Neopren kann ich damit machen. Weiß ich nicht. Später bestimmt mal, aber... Sag's mal so, später... Also, als Reward gibt's nix... Also, als Pick-One gibt's auf jeden Fall nix, das man später nicht auch bekommt. Von dem her ist das ja auch nicht so schlimm, wenn wir den nicht haben. Ein Reward-Bag könnte halt jetzt wiederum alles drin sein. Je nachdem, aber... Aber, ja. Ich find auch, die Reward-Bags machen irgendwie am meisten Sinn. Wer hat'n die, die, äh... Bratpfanne? Äh, die hab' ich grad. Ähm... Hier ist da mit Platz. Hier. You have five lives remaining. Juhu. Ey, wir haben dann... Ihr habt ja... Oh, den Baum dürft ihr nicht wegmachen. Achso, das ist... Da wächst ein Fiesigbaum. Ja, ja, ich hab' ich schon gesagt. Und hab' ich dann nicht gehört. Das tut mir leid. Ich hab' grad schon gedacht, warum stacken sich die Sticks nicht? Dabei ist das gar kein Stick. Hast du die Tour-Rot in der Hand, oder was? Jo. Ich bin schon Level 19. Kann man... Ich bin auch schon Level 20, glaub' ich. Kann man irgendwas mit TNT machen? Irgendwas besonderes? Ein TNT-Generator. Das kann ich machen! Das können wir craften! Ne, uns fehlt ein Redstone. Fuck! Wir haben nämlich... Wurzu? Brauchen wir doch gar nicht. TNT-Generator OP, Alter. Was machen wir denn jetzt? Aber wir haben hier einen Solar-Generator. Aber brauchen wir ihn nicht mehr unter. Da raus. Karnes? Yes? Da hast du da was zum Sieben. Ich geb das dir. Ich baue ab, du siebst. Oh. Jetzt hab ich's abgenommen. Das ist, finde ich, recht angenehm, was wir da bekommen haben. Warte, noch was aktiviert da. Ich hab' was recht schönes bekommen. Warte denn. Du hast Angel-Vlogs. Geil. Hahaha, geil. Da. Boah, so viel. Er muss jetzt hier durchsieben. Das kann ja nur Stunden dauern. So, hat er dir das gegeben. Okay. Ja, ich bin da durchgelaufen, deswegen. Hatte ich ja dann im Inventar. Äh, was könnte... Ja, das ist der Klicker, Optimus. Okay. Okay, jetzt bin ich voll. Was braucht man dafür? Ja, ein Inva-Ingert haben wir. Pisten müsste ich eincraften, das geht. Ah, ich kann uns so einen Klicker bauen fast. Wir haben, glaube ich... Wir haben zwei Dears, wir haben zwei... Wir haben zwei... Ah, auf uns fehlt ein Redstone. Verdammte Scheiße. Warum haben wir nur einen Redstone? Wir brauchen noch einen zweiten Redstone. Oh, Karotten sind fertig. Oh, da ist ein Baum in mir gewachsen. Geil. Ähm, Karnes, sieht mal nicht den ganzen Gravel. Verarbeit den mal weiter, dass wir Redstone bekommen. Den hat... Den hab nicht ich. Ich hab dir den Gravel gegeben. Hier. Ja, ich bin da gerade durchgelaufen. Ein Gravel? Achso. Da. Wo ist das, der Gravel? Das ist hier vorne. Erst mal ein bisschen knuspern hier. Wart los? Knusper, knusper, knäuschen. Da dürfte reichen. Fuck. So, dann wollen wir mal die Bäumchen wieder abreißen hier. Oh, Apfel. Sehr gut. Aus Sand oder aus Dust bekommt man Redstone? Weißt du das, Karnes? Ich glaube, dass man die noch Dust bekommt. Sicher? Bei was meinst du denn? Mit dem Hammer draufhauen oder was? Ne, beim 7. So, da wird die ganze Zeit... So, da wird die ganze Zeit... Also, du kannst jetzt ein bisschen Sand und ein bisschen Dust und dann... Ja, mach ich gerade. Sag's mal so, wir kannst ein bisschen Sand machen. Wenn's da nix raus hat, dann kann man ja immer noch zu Dust machen. Ja, ich hab jetzt 12 Sand und 12 Dust. Mal gucken. Okay. Oh, sehr gut. So, dann drehen wir den nächsten Baum hier weg. Ich spiel zu viel Counter-Strike. Ich wollte gerade einen geduckten Sprung machen. Alter, bin ich kaputt. Minecraft-Duck-Sprunge sind nicht gesund. Ne. Nicht? Bring auch nix. Zumindest, wenn du gleichzeitig noch sprintest. Und das Sprinten essentiell für deinen Sprung ist. Ja, du bleibst einfach stehen. Oder wenn du ne Kante runter springst. So. Und Baum weg. Okay, gut. Und Sepp weg. Pass. Komm. Komm. Gib schon Gas. Gib Gas. Oh, Karotten sind wir da fertig. Gib mir Redstone. Gib mir Redstone. Ah. Ah, ich glaub, was ist das denn? Karotten. Ja, da war ein Redstone dabei, oder? Ja, wir haben zwei Redstone. Ja. Gott ist alive. Ich hab' nur Redstone-Freud. Ich hab' keinen Platz mehr im Inventar. Ja, das wird dann ein bisschen problematisch immer. Muss mal wieder abladen. Ey, die Smelchery ist fast voll, ne? Ja, ich weiß, die ist schon die ganze Zeit fast voll. Guck mal in die Kiste jetzt, ey, was da alles drin ist gerade. Bisschen. Bisschen was, ne? Nicht viel. So, die Bratpfanne, wo hau' ich immer hin? Ah, hier vorne in die Kiste. So, gut. Dann, äh, machen wir hier aber auch mal wieder einen kleinen Cut. Wir verziehen schon wieder, ey. Das ist unglaublich. Aber gut, dass ich das dann gerade noch gesehen hab. Gerade ja auch so zwei Minuten nach. Gut, dann, äh, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ciao.